Der BTI ist ein Therapie- und Trainingssystem, mit dem wir alltagsspezifische, sportartspezifische und berufsspezifische Bewegungen nachmachen können. Mithilfe verschiedener Zubehörteile haben wir die Möglichkeit, die Bewegungen an dem Gerät so durchzuführen, wie sie tatsächlich in Natur auch durchgeführt werden. Das Besondere an dem System ist, dass wir beginnen können, isolierte Bewegungen durchzuführen, kleine Bewegungen, diffizile Bewegungen, wie zum Beispiel Fingerübungen, Greifübungen, isoliert Gelenke trainieren, zum Beispiel das Ellbogengelenk oder das Schultergelenk als eingelenkige isolierte Bewegung. Mit dem BTI können wir eine Vielzahl von Übungen durchführen und mit ein wenig Fantasie sind überhaupt keine Grenzen gesetzt. Man kann Übungen selber erfinden, kreieren, mit der entsprechenden Fantasie unendlich. Die Firma Proximet hat das Potenzial, das in diesem System steckt, erkannt und vor ca. 10 Jahren dieses Gerät, das von der Firma BTI in den USA mit viel, viel Forschungsaufwand entwickelt wurde, in den deutschen Markt eingeführt.